So, wir sind hier in Nürnberg und wartet mal, wo wir hier in Nürnberg sind. Und zwar, ich hoffe man kann es lesen, The Tasty Leaf. Mein absolut liebstes veganes Restaurant. Hallo. Ich bin dankbar, dass wir heute mal die Tagesordnung gehen. Ich möchte hier extra scharfe Rettichwöhrchen. Seitdem, wie wir die haben, dann nehme ich halt Hilfe. So, zu essen wird dir auch schon bestellt? Ja. Also ich nehme einmal die Tagessuppe und einmal die Tortilla Robs. Ich hätte einmal die scharfen Rettichwöhrchen. Beziehungsweise, ähm... Genau, schmecken die stark nach Rettich? Nein. Ich würde sagen, ja. Ja? Ja. Okay, ich probiere es einfach. Ich riskiere es nicht. Und, was wollte ich nehmen? Den Burger wollte ich. Mhm. Und beide Desserts. Genau, beide Desserts. Wie das einmal? Gerne. Ich schmecke. Also, meine Freundin hat hier einmal... Was ist das? Höller Blütenau? Holunderblüten Geschmack. Schmeckt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also hat was? Sehr, sehr lecker. Ich habe hier Maracuja-Saft. Absolut geil. Ich liebe ja so tropische Früchte. Das ist sehr rübsch. Die Rettichröllchen. Ja. Schöner her. Rettich. Und die Suppe. Rettich. Das ist gut schmecken. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt haben wir hier einmal... Was ist das? Rote Kartoffelsuppe, ne? Mhm. Das sind jetzt hier irgendwie... Rettichröllchen mit Linsen-Creme. Rettichröllchen mit Linsen-Creme. Rettichröllchen mit Linsen-Creme. Bin ich immer gespannt. Für die Stücke. Die Burger-Rettichchen. Ich weiß, ob du immer ein bisschen... Dankeschön. Und dann haben wir das versprochen. Dankeschön. So, was hast du jetzt? Das waren die Raps. Das waren die Raps. Das ist mein leckerer Burger. Ich traue mich jetzt gar nicht den Burger anzufangen. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, der fällt mir... Auseinander. Sofort auseinander. Das Schöner-Konstrukt zerstört. Aber wie? Das ist ein... Ich mach's mir da. Ich mach's mir da! Ich mach's mir da. Puh! Was machst du denn da? Das ist ne Rapper? Das ne Rapper. Grüne Paprika, die ich nicht esse. Das Sie ist rass. Das ist Rapper-Rapper. Das ist die Waffe mit Vanille und Gojibeeren. Wir würden dann gerne zusammen. 1,50,20. Lecker war es. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.